was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute postwagon white land zusammen mit dem mac mannus sagt das player und den hitzer wir sind bei der nächsten mission und zwar immer noch flamme der rebellion aber und wieder auf mich noch mal wieder was zu wenigsten und sie dann auch nicht von dir rechts verlaufen ich würde mich sieht direkt hier an der treppe der mann ist wieder weg schon durch das ding stunden du musst die diesen sender aktivieren wir müssen den beschützen ok werden ziemlich viele jetzt herankommen ich nehme links die straße noch lediglich dass man halbwegs von unten ja ja ich habe kosten ok wow ich kann ich ich glaube das war ich oder wenn die ja hast du den gesprengt oder ich ich glaube du ich habe aus versehenden zivilisten abgekneiden also rechts bei mir ist jetzt chillig ja hier ist ein schieb angekommen wieder ja ja den mache ich mal eben um man sieht und schaffte ja klar weg ja ist da unten sind alle tot alles explodiert hier so ok sieht eigentlich ganz easy aus oder hier links muss doch irgendwo ein fahrzeug sein ja kommt gleich in die kurve da hab drei von dem fahrzeug der ballert nauten rupi so ein vollgang da der hammer ich war fast weg ohne mist bei dir was piept hier so ja das ist er verteidigen sie den sender ja ja alles geschafft ich habe keine musik bist du wundert keine elite truppen ich habe mir so freigeschaltet wir haben diese rebellen jetzt haben wir den einsatz zumindest schon mal abgeschlossen das dokument kann ich eben holen hier noch was was man mitnehmen kann nur in diesen schuppen hier wo die jetzt dieser sender ok unten ist noch so ein dokument ja die drohne ey was ist denn nix los dokument habe ich da ist es aber nur aufzeichnung warte mal ich habe zwei fertigkeits punkte das heißt wir könnten auch mal ein bisschen spielen weil ich ja hier eine gruppe den sanitäter macht aber ist hier so ein trug noch wieder immer das c4 man kann ja bisschen den sprengmeister machen hier spielt der granate c4 mine und zeugs halt aber das würde auch jeden anderen was bringt also ich würde erstmal ein schnelleres wiederbeleben ja und auf kann ich euch schneller wiederholen wenn ihr legt ja kannst uns schneller wiederholen wenn wir leben genau hier liegt habe ich gesagt ach wir liegen so ich habe den nächsten auftrag markiert und habt ihr den hübschrauber schon durch abholen ach so ihr seid hinter mir lol weißt du was bisschen doof ist dass man nicht reparieren kann das finde ich bisschen schade hier warum kann man nicht reparieren kommt mit dem dlc toll wie sind drin alle da alle da wow da steht ne kirche so jetzt aber volle schubkanone bisschen unruhig der kleine könnte am qualm liegen weiß auch nicht so richtig also seitdem er beim letzten ölwechsel war verbrennt er zu viel davon wir haben die kopfdichtung vergessen so jetzt aber volle schubkanone runter ins tal hier gibt es hier am letzten baum hängen geblieben glaube ich ist der licht? hat er licht? e n n wow so warte mal da fliege ich mal am besten nicht direkt rein oder? die mission wo soll ich landen jungs? irgendwo und ohne warte ich hab ne idee ich hatte ja schon eh gedrückt weil ich dachte der fliegt hier raus ey ja beliebt my friend ich hab voll die voll den plan hier ja ja schönes feld schönes reißfeld ohja olivianisches reißfeld so jetzt machst du potma erstmal und dann schauen wir mal oh lol sniper so wir könnten theoretisch rebellen wie fordert man die rebellen da unten mörser ja das ist nicht das schöne dorf damit der mörser bombardieren nee sind das alles hier? äh den den ihr anvisiert wird ihr markieren mit Q ja eins ist randy 2 ist meins Ich bin da nicht in Position Jetzt habe ich die 2 Irgendeiner hat schon geschossen, deswegen habe ich auch geschossen Die 2 sind weg In der Kirche ist noch was Alle tot, in der Kirche ja Nicht nur in der Kirche Wir werden wahrscheinlich noch irgendwo im Gebäude sein Aber in der Kirche ist auf jeden Fall erstmal der Point Aber denkt dran, dass vorne am Anfang der Stadt noch Waffenteile sind Ja, die holen wir auf jeden Fall Da unten läuft einer Kirche tot Unentdeckt Haben eine Leiche gefunden Auf dem Dach, der ist down Ja, da kommt eine Straße ganz gechillt hochgelaufen Gut Ich glaube, wir haben alle Schittig aus Nee, alle haben wir nicht Irgendwo schießt noch wer Ja, vorne an der Straße ist noch irgendwo was Kann diesen Typen hier schon mal noch rein? Habe ich down Der auf der Straße liegt Habe ich down Habe ich den Typen schon mal an? Ja Tür ist schon offen, du Spaß Achso, aufhören Ich habe vorhören gelesen Oh, fuck Ben Da waren gerochene Reitentürhäuten Ich glaube, Hitches Mom ist dort Ah, komm, der war schon lustig, ne? Alter, ich weiß auch nicht so richtig, was mit euch los ist Absolut unglaublich Ah, da unten ist Waffenteile Äh, loll, ey Ist noch irgendjemand? Ja, hab einen Hier rechts ist noch einer So, erstmal die Waffenkiste Vertikale Handgriff Sehr schön Hast du die Waffenkiste für sie? Äh So, komm, wo eine sein So, hab den einen hier oben auch Und Ja, da haben wir alle Okay, wir schauen mal auf der Map Ja Ich brauche hier so viel Ähm, ich überlege gerade Oh, oh Äh, ich überlege gerade Also ein Dings, einen Punkt habe ich nicht Aber Was wir machen könnten, ist mal fix Da läuft doch nicht zu denen hin Komm doch weg da So So Lass mal dorthin gehen hier Da, wo ich markiert habe So Hier sind noch, äh, Teile Aufsammeln Ja, hier diese, diese Dings auch Eigentlich brauchen wir die nicht unbedingt, äh, mitnehmen Ich kann euch sagen, warum Weil Mit einer Nebenmission kriegen wir echt vierte davon Also Leute Ich Weiß ich, wie ich sagen soll Aber Ich Bin mir nicht sicher, ob das mit dem Fallschirm hier runterklappt Soll ich es mal probieren? Sag ich mal, wie sieht das dann Oh Oh Ähm, man, also Man hört nur Reißlein zieht War wirklich sangen Nicht Zeit Okay, ich bin unten Nein, ähm Es würde klappen, theoretisch Los, macht mal der nächste Ich will mir's angucken Wo seid ihr? Da oben Los, macht mal einer Ah, habe ich bin tot Lol Wo ist jetzt schon? Ich bin hinter Randy Wir klettern hier schön Oh Ich bin gepflegter Berg runter Ach, ich bin hier unten Direkt bei Manu, ist das schön Erlösen sie's So, ihr seid wieder da? Ich bin hinter dir Soll ich mal Mit der Drohne fliegen Ja, er ist schon dabei Gut Doch, noch Nee, ich warte doch Achso Ich hab gedacht Hier, das kleine Durfte, die drei Leute Nee Ja, gut Wenn du willst Ich war mehr Geh in der Reine Von uns Aber ich Auf den Linken Auf die Straße Einer Ja, nee War Hier, eine Noch Noch Einer So So Wir haben nämlich hier Meine Freunde Einen Level Up Punkt Hier rechts Oh Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit Ja Cool aus hier Irgendwie eine Grabstelle Oder sowas So Dann können wir hier gleich noch mal Munition auffüllen Wo gehen das hier rein, Alter? Oh Gott, nein Hier vorne kommt man rein Wo denn da? Ja Oh lol Moin So Gucken wir noch eins an Also wenn man hier zu völl ist Dauert das echt lange, ne? Gut, wenn sich alle an einer Kiste anstellen Und das Dann Natürlich So, haben wir alles Ja Oh Oh, Munition Die nehm ich auch noch mit Dann fliege ich uns mal zum nächsten Punkt, oder? Ihr wollt Hey, alle da? Ja Die Waffenteile holen, oder was? Da ist auch direkt ein Informationsdings Alles klar Solange ich ein bisschen Fertigkeit Oh Das nächste Mal fliegt jemand anders Ich muss nämlich auch mal meine Waffen Und Gehen Punkte noch verteilen Das ist auf jeden Fall Feindaktivität Aber reichlich Dann lande ich mal lieber etwas außerhalb Lass mich mal rumreißen Oh, fuck Oh, oh, das sind die blauen So, müssen wir da von hier oben klären Ich dachte, wir setzen hier nur Randy ab Ich gehe da nicht runter Mit der Drohne vielleicht Ich gehe auch mal mit der Drohne hier ein bisschen rum Einige hier links müssen irgendwo lila eine direkt Ja Oh, der ist schon hier oben Ja Wow Der ist schon hier oben Oh, die super Die kommen hoch Die sind hinter euch Hinter euch Hinter euch Oh, oh, oh Wow Wo ist Randy? Ich hole euch Direkt neben uns ist einer Direkt neben uns ist einer Weil wir liegen alle Oh, der Hitcher Hitcher, du bist der Letzte Okay, holen schnell, holen schnell Hier ist keiner mehr Ja, ja, ja Hol mich zuerst Oder mach Ast Zieh durch Aber einfach fliegen Tu nicht spawnen Ich hole dich wieder Das kann ich Achso, okay, ja, stimmt Cool, Randy Der ist ja gar nicht so wichtig, ne? Ganz egal Oh, 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 oh Ich gehe auch von wem Oh, war alles alarmiert hier, ne? Oh, in dem Moment rennt er weg So Hey, ich glaube Wir müssen Langsam rein Irgendwo hier unten Muss noch so ein Liener Fuzzi sein, oder? Ja, das sind noch ein paar Rechts Auf jeden Fall Direkt neben uns Friesi, Mann Lol Oh, what the fuck Ich bin auch da Er kommt hoch bei Hitcher Randy Ist jetzt sofort oben Jetzt über die Kurve Ist da Tod Keiner mehr da Wiederbeleben Sinnlos, ey Weißt du, was mich gerade Bisschen ankotzt Diese ewig andauernde Nacht Ja, ich habe den gar nicht gesehen Der rechts von uns oder links Ja, der ist rechts neben uns gelaufen Willst du die anderen bitte? Äh, ja Wir liegen hier unten in der Ritze Ja, ja, ja In der Ritze Hab ich den gehört Danach kannst du wieder hochgehen Ich hole Manus Dann guck mal, ob wir noch ein paar Leute finden Ja, alles klar Da kommt's Brauchst du langsam Ja, ich rede oder was? Hitcher Bitte Er reagiert gar nicht, ne? Wir müssen einfach reden, oder? Hitcher, was ist los? Hast du dein Headset? Wir reden mit dir und du antwortest nicht Dafür hat ich was gefragt Ich hab das nicht gehört, dass er mich was gefragt hat Ja, deswegen hatte ich gefragt Du ein Hörgerät brauchst, hast du auch nicht geantwortet Ja, wahrscheinlich auch Was wolltest du denn von mir? Ja, jetzt ist schon okay Jetzt hast du schon alles gemacht Ich sagte, dann kannst du ruhig wieder hochgehen Und weiter spotten Ich hole Manus wieder und wir erledigen die So, ja, ne Ich war ja Ich saß da trage den Weg Den hat er gut Ein Lilla Down Okay Sind alle irgendwie im Haus, oder? Hab ein Irgendwo hier muss eine Waffenkiste sein Ich glaube, die ist oben Was gerade explodiert Ja, keine Ahnung, ob du ein Querschläger von meinen Schaufschützen gehörst Wer ist hier mit mir? Hier, man muss hier am Regal Irgendwas ist So, ja, Waffe oder nur Upgrade? Habe ich noch nicht genommen Okay So, pass auf Jetzt lasst mal weitergehen Sind die Down jetzt? Die Lilan rechts habe ich weg Okay, ich habe mich gewundert Ich bin noch ein Da war es nicht Ich dachte nur, du willst von hier oben vielleicht snipern oder so Weil der Typ brennt ja die ganze Zeit da weg Nee, ich will versuchen An das gelbe Ausrufezeichen ranzukommen Ja Also drunter ich sehe ich nicht so Die können alle in den Häusern sein Wir kommen wahrscheinlich bis ran Befrei mal eben die Rebellen Warte, lass mich die befreien Wenn nicht die befreien, kämpfen die für uns stärker Ja, okay Alles klar Dann ist das nächste Mal du Also steht auf jeden Fall da in den Skillpunkt Ich hab mal hier die Unterlagen Bin ich ja mal am Fotografieren Ja Was ich mega pixel und so iPhone 7 plus Das ist hier drüben, alter Unidad Patrouille verloren, ja Hier direkt hier drüben Der ist ausrufezeichnet Wir müssen wir lautlos killen, Manus Dann haben wir den auch direkt fertig Alter, mach mal Komm mal da ran Ey, wie kommen wir denn hier raus Ich hab keinen Plan, alter Hier vorne Nur drei Lina nur weg Warte, aber nicht da, wo der mit dem Auto ist, ne Den bitte in Ruhe lassen Das Lina ist noch außerhalb Lololol, pass auf, wir werden mal gesehen Ich weiß aber nicht von wem Okay, das sind Lina, ne Ja Der hat den aber Der ballert den einfach weg hier Ja, die Rebellen, die sind da dran Die grünen Ja, ist aber okay Links ist down Äh, vorne auch Ah gut Alle down Irgendwo einer hier in der Wir fanden jetzt auch noch irgendwo was Ich glaube, wir haben soweit alles, oder? So aus, ja So, pass auf Ich check mal die Karte Bitte Ein bisschen back up Okay, alles klar Nächste Mission Ja, aber dann würde ich sagen Nächste Mission in der nächsten Aufnahme, oder? Jetzt haben zwei geredet Ich hab's nicht verstanden, akustisch Ich sagte, die Mission aber in der nächsten Aufnahme Oder willst du noch hier durchziehen? Ah, nee, ähm, nächste Aufnahme dann Wir haben jetzt schon übrigens Äh, wir haben jetzt schon Moment Äh, schon drei von sechs Einsätzen Ja gut, meine lieben Freunde Wenn's euch gefallen hat, das Like nicht vergessen Bei den anderen vorbeischauen Und wir sehen uns dann morgen wieder Haut rein Bis zum nächsten Mal Tausend Üp Ciao heut Junge Du you Wells